Mein Name ist Monika Hintzschis. Die Euro 2024 hier in dieser Stadt, das wäre doch wohl eine coole Sache, oder? Wir heißen dann hier im Gründerzeitviertel ganz Europa willkommen. Ein Viertel voller Menschen, netter Menschen, voller unterschiedlicher Nationen, voller alter Bauten, Kunst und Kultur, mehr Aufbruch als hier. Gibt es nicht.